Hi, ich bin die Blue, ich nehme euch heute wieder mit in drei Tage Selbstständigkeit als Illustratorin. Der Montag startete natürlich mit etwas Frühstück, habe eine Skizze für Artfight fertig gemacht und das letzte Video geschnitten. Der Haushalt musste natürlich auch gemacht werden und als Belogen wurde die Katze verwöhnt. Gestärkt wurde sich auch noch, bevor es dann live auf Twitch mit einem Zeichenstream für das neue Artfight-Projekt ging. Ja, und irgendwie ist da nicht mehr so viel passiert. Am nächsten Tag, dann habe ich mich an neue Emotes gesetzt. Fünf süße Triceratops Emotes, die man jetzt auf Etsy & Kofi kaufen kann. Anschließend gab es was zum Mittag. Meine Katze Poppy hat dann auch noch eine Kleinigkeit zu happern bekommen, einen kleinen Mitternachtssnack. Und ich habe gemerkt, okay, der Tag läuft nicht so gut, mir geht es nicht so gut, ich habe Migräne. Dann habe ich mich entschieden, noch ein bisschen zu erspannen und gegen 17 Uhr schon Freie Abend zu machen. Am nächsten Tag wurden dann die Emotes fertiggestellt, nochmal drei weitere Farben gemalt, diese dann in Etsy & Kofi implementiert. Das heißt, sie sind heute verfügbar und ja, den Rest des Tages mal sehen, was ich mache. Meine Migräne ist immer noch da, also gucke ich mal, dass ich heute ein wenig entspanne.